Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallo. Wir sind wieder mit der Jasmin unterwegs, die immer noch nicht mein Freund ist. Jasmin, willst du denn nicht einfach mein Freund werden? Nein, eigentlich nicht. Können wir eine Zweckfreundschaft haben, weil wir sowieso die besten Menschen sind? Yes. Besser wie alleine hier rumgegangen. Du machst die Dulli Arbeit. So, dann haben wir das auch schon. Mach ich doch sowieso. Aua. Haben wir das auch schon mal geklärt? Äh, ja, wir haben Tag 34. Weiß ich, Morgenspielzeit, Morgen ist Blutmond. Das heißt, wir müssten, äh, hast du für Munition denn alles, was du brauchst? Ähm. Geschossspitzen fehlen dir, ne? Ja, die fehlen, ja. Die Geschossspitze. Ach ja, dafür brauchen wir Blei und Blei haben wir nicht. Pass auf, ich wollte ja sowieso ein bisschen XP-Farm in der Hoffnung, dass ich noch die Glühnfalle, äh, gelevelt kriege. Mhm. Ähm, dann gucke ich mal, ob ich eine Blei-Mine irgendwie finden könnte, an der ich abbaue. Das ist hier Stein, ne? Stein, das Nitrat. Ja, aber wo haben wir eine Blei-Mine? Hm. Ich glaube, ich vermag zu wissen, wo sich ein bisschen Blei aufhält, Jasmin. Also 23 Geschossspitzen habe ich, aber das reicht ja nicht. Aber 23 Munitionen für, für einen ganzen Blutmond? Oh, das könnte ein bisschen... Nein, ich habe schon ein bisschen was, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber... Ach so, ich wollte gerade sagen, das könnte ein bisschen knapp werden. Nee, das sind 300, 600, 775, 770 habe ich fürs Maschinengewehr. Und für die Pistole habe ich nicht viel, fast 600 nur. Wah! Hm? Wah! Ja. Ich dachte die ganze Zeit, wir sind voll am Arsch, haben irgendwie so 25 Patronen pro Waffe oder so. Okay. Na gut, ich wollte ja trotzdem XP, dann holen wir ja mal ein bisschen Blei, ne? Wo würdest du das denn herholen? Aus dem Bleistift. Ich habe einen Schreibwarenladen gefunden. Und da hole ich mir jetzt Blei her. Wieder bei Nacht. Wieder bei... Ja. Ja, die besten Ideen kommen nachts, wenn du betrunken bist. Ja, das ist nicht mehr in einem Blei her. Schreibwaren, Abwaren. Ich habe schon so lange kein Alkohol mehr getrunken. Äh, getrunken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das mache, so besoffen reden. Na, wird mal wieder Zeit, ey. Ja, ne? Mhm. Aber Kamen hat ja bei Spurstag... Als Wissenschaftsstudie. Genau. Da bin ich dann wieder... Da sind alle Lammmann. Das nennen wir denn Schauspiel-Nachhilfe-Unterricht. Wenn wir uns da ordentlich einen reinknöpern. Wie, wolltest du mit? Darf ich nicht? Möchtest du mal deine Mutter fragen wegen Aufpassung? Ja. Weil Kamen ist ja meine Freundin. Äh, von wegen. Ich zock öfter mit dir als du. Das hat ja das halt nicht so tun. Ich habe eine Versorgungskiste mit Ackerbaupaket. Was haben wir denn da? Da geil ist drinne. Joa. Ist ganz okay. Geht... Ey! Mein... Mein... Hey! Hallo! Meine Mofa ist ohne mich gefahren. Joa, ich bin jetzt Quadsform. Und dein Gebiet irgendwo in der Nähe. Und ich bin der Meinung, hier ist doch irgendwo eine Bleibene gewesen. Wollte man hier irgendwie in meine Basie über den Kopf ziehen? Was bei dem Jürgen? Der hat in unserem Vorgarten gepinkelt. Nein, so bin ich gerade. Die olle Pissnäge. Die olle Pissnäge. Aber ich finde den nicht. Ja? Na, was du gerade gesagt hast. Jürgen? Jürgen. Ja, der hat in unserem Vorgarten gepinkelt und die Katze gefressen. Ja, den will ich gerade suchen. Den hier oben. Den Katze war richtig einfach in den Latzhaun da. Die olle Pissnäge auch. Und den pinkeln wir in seinem Vorgarten. Warte. Das ist streng. Oh, wenn hier ein neuer Dings liegt, dann sind wir bestimmt auch zum Beats. Bei mir ist ein Zombies. Aber ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich bin auf jeden Fall nicht da. Verdammt, ich bin hier. Hier war kein Bleibene. Oh! Ist das nicht Bleib? Kopfkopf gefunden. Wo sind da? Nitrat, ne? Hm. Oh, da ist ja noch einer. Ja, kommt mal. Ja, ja, ja. Der ist voll gut, der Knüppel. Speichern. Ja. Ja. Ja, beiden die Rübe weggehauen. Oh, geil. Das hat sich gelohnt hier. Das gönne ich dir, Jasmin. Das hast du gute Macht. Erstmal beiden die Köppe zerschmettert, ey. Da sind die Bälle aber bis zum Mond geflogen, sage ich dir. Ja, ja. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. So, ein bisschen Nitrado nehme ich mit, ne? Nur ein, mein Problem. Was nimmst du mit? Nitrat. Nitrado, hast du gesagt, ne? Ja. Oh, was ist das denn gewesen? Wieso bin ich denn hier eingekracht? Mein Gott, da habe ich mich gerade erschrocken. Du, wenn wir noch ein bisschen Blei sammeln wollen, können wir da Blei aus meinen Knochen nehmen. Ich habe hier ein viereckiges Kackloch gemacht. Plumpskloch. Kackloch, das ist. Das sieht aus wie so ein Plumpskloch hier im Boden jetzt. Alter. Den einen nehmen wir noch mit. Dieser Kackvogel hier. Nein, 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 Jasmin. Kack, sag mal. Sag mal. Mal. Blödi, ey. Blöd, Mann. Ja? Du Witzfigur. Also wirklich, greift der mich hier einfach an. Sag mal. So, ein Frechdachs. Wie kann man denn? Yo. Du solltest seine Mutter anrufen. Und das war auch der Kopf und das war auch der Kopf und das war auch der Kopf. Geil mit der Baseballkeule, ey. Ich habe das Gefühl, du wirst verrückt. Ich glaube, du bist verrückt geworden. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Glückstreffer. Wir finden ja von den letzten Zeug mit dem wir bergbaut. Die Kunst des Bergbaus. Weißt du, wir kriegen hier noch eine Supermoto oder so gebaut? Was? Was? Ein Supermoto? Das ist quasi wie eine Crossmaschine, aber für die Straße. Oh, Stuntfahrer. Nächst mal mal einen Backflip. Stein. Ist auch Nitrat. Oh, Jasmin, ich finde hier nur Nitrat. Bin ich denn überhaupt schon hier wieder überladen? Oh, ich habe jetzt ein Messer. Da nehme ich doch Titte, ey. Was ist das hier? Sparieren. Die Mutt. Hau mal ein paar Zombies kaputt. Ich meine, verprügel meinen Aufständischen. Du bist ja bei der Polizei. Das kommt da rüber. Und dann. So. Und so. Hast du, hast du wieder? Oh, Arzt, Arzt. Ne, ich habe ein Messer nochmal gefunden. Ein Jagdmesser gefunden. Stufe 3. Mir hat gerade ein Stück Holz auf den Fuß gefallen. Na, das war der große C. Ich habe keine Sicherheitsschuhe an, Jasmin. Ah, ich weiß nicht, warum ich hier immer ein weißes T-Shirt kriege. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich habe zwei Tage gesagt voll mit Ketchup und Bierflecken. Und nochmal zehn Schrot. So, aber eigentlich ist das hier Wayne. Ich will jetzt mal gucken. Hier, ich habe schon wieder einen Wegpunkt gesetzt. Da. Ich mache hier richtig krassen Kram. Und zum Beispiel. Und zum Beispiel. Hm? 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 Hörer? Zum Beispiel, habe ich gesagt? Ja, ich fahre so durchs Gelände und es ist schon krass, was ich mache. Total krass. Blei. Jasmin, ich habe Blei. So wie Goldständer. Ich liebe Gold. Kennst du Goldständer? Nee. Den Bösewicht aus Austin Powers? Aus was? Du kennst Austin Powers nicht. Weiß ich nicht vom Hören nicht jetzt gerade. Wir werden Nachhilfe betreiben. Klassiker. Hm? Worum geht's da? Ähm, Austin Powers ist quasi der britische James Bond. Hm. Batman kommt nicht das, ne? James Bond ist Brite. Ja, Austin Powers ist wie so ein James Bond-Verarsche. Aber kennst du bestimmt Groovy, Baby. Nee. Nee, sag dir was ich jetzt. Oh Gott. Und da wären wir wieder bei deiner traurigen Kindheit. Äh, äh. So traurig ist sie gar nicht. Gewegen. Ist sie nicht? Nö. Musstest du nicht Löwenzahn sammeln gehen, damit ihr was zu essen habt? Nee, ist halt freiwillig gemacht. Ach, warum habe ich mir denn keinen Kaffee mitgenommen, Jasmin? Warum? Ich weiß nicht. So ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk wie einen heißen Kaffee erfrischt meine Sinne. Da bin ich hochkonzentriert und total motiviert. Das hat sich gereimt und deswegen bist du geleimt. Also für die Schrotflinte haben wir genug, ey. Vielleicht brauche ich die auch erstmal auf dann. Ja, bei der Schrotflinte müssen wir noch Mods raufpacken. Es gibt doch diese, äh, es gibt ne Mods. Hab ich schon. Ich hab schon ne Schmott bei meinem selbstgebauten Gewehr. Gegen Schmott. Auch, dann streuen die Kugeln nicht so, dann trifft man besser. Ah. Und da hauen wir uns wieder durch die Berge. Und hier, Holzknüppel, Stufe 2, hab ich auch nochmal gefunden. Ja gut, wir haben jetzt hier den, äh, die andere Stange. Hab ich jetzt zum Beispiel Stufe 6. Und Schneipenschlägerei Band 1 haben wir. Verkaufen dann. Hast du schon gelernt? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das gelernt hab. Ich wohne aber schon. Oh nein. Jasmin, ich hab Hunger. Ich pack das erstmal weg. Ist hier ein Shit? Nochmal Motoren gefunden hier. Ich hab mal online Essen bestellt. Zum Liefern. Einmal Kartoffeln mit Steak zum Liefern, bitte. Ich hab's hier nicht mehr hin. Ah. So, deswegen hatte ich das. Aha. Aha. Hm. Öffnen. Öffnen. Ich dachte, ich hätte was hier gehört. So, äh, Passanten. Oder Passagen. Mensch, was mach ich denn hier für ein Blödsinn heute? Nur Faxen, Jasmin. Nur Faxen. Ja, echt ey. Nee, Eisen kann ich ja gleich einschmelzen hier. Kennst du den mit dem kleinen Jungen? Äh, mit dem, mit dem Vertreter? Hä? Also, klingelt der Staubsaugervertreter an die, an die Tür, ne? Beim Bauernhof. Mach der kleine Junge auf. Sagt der, macht, sagt der, sagt der, sagt der Vertreter zum kleinen Jungen. Sag mal, kleiner, ist dein Papa vielleicht zu Hause? Nee. Wo ist denn der? Vom Trecker überfahren. Okay, und deine Mutter? Nee, die ist auch nicht da. Wo ist die denn? Auch vom Trecker überfahren. Hä, bist du denn hier ganz alleine? Was machst du denn alleine den ganzen Tag? Treckerfahren. Ach so, sollte ich jetzt lachen? Nee, 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 schon okay. Na, dann ist der gut. Dein Schweigen sagt alles, ich hab den Kacke erzählt. Ich bin so schlecht geworden im Witzigsein. Ich wusste schon, dass der so endet. Nein, wusstest du nicht. Ich packe jetzt hier in der Kiste einfach mal die Kochsachen rein, die ich wieder gefunden habe. Nein, packst du nicht. Warum? Messing, Heizkörper, ein Kochtopf. Kannst du verschrotten und wegschmeißen. Was? Was? Dich? Ja, mich. Er schrotte mich, Jasmin. Lass mich hier... Oh, scheiße. Wir brauchen mal nicht. Wir brauchen... Kommt der hier runter? Er kommt hier runter. Oh, oh. Das ist Baustelle, junger Mann. Betreten verboten, Sperrgebiet, Sperrzone. Nur für Mitarbeiter, Employees only. Der muss sich dann einmal erklären hier. Da kann sie sich nicht aus, ne? Mit der Gesetzeslage. Oh, Sprenz, Mensch. Der ist doch gar nicht versichert, wenn hier was passiert. Wollte ich denn jetzt überhaupt mit dem Kleber machen? Spitzhacker abgekriegt. Was sagt man dazu? So schnell kann das gehen. Oh, scheiße. Du kriegst die Tür nicht zu. Jasmin, Jasmin, Jasmin. Ah! Er hat russchne Augen. Und ich bin mit ihm im Loch eingesperrt. Nein! Genau was dauert. Uuuh. Er muss in nix, ne? Nee. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Panik. So. Kannst du mir was zu essen? Bin zu weit weg, Warni. Hm. Da brauch ich jetzt nochmal den ganzen Kleber. Ach so, für den Klebeband. Aber Klebeband haben wir ja erstmal genug. Ja, du wolltest Reparatur-Kids machen, Neue. Hab ich schon über 50 Stück, glaube ich. Mehr nicht? Wie mehr? Was hast du gemacht die ganze Zeit? Warte. Äh. 50. Das war ein Witz. 78. Was, so viele? Das muss er reichen. Und Kleber haben wir immer noch genügt. Ja gut, braucht man immer wieder, ne? Okay, jetzt gucke ich nur, wo ich den Klebe. Was ist denn das? Ach, das Buch habe ich noch gar nicht. Bist du da guckt, ne? Oh, nein, hier in dem einen ist das drinne. Ich nehm das einfach mal, ne? Ja, ja, gönn dir, gönn dir. Hab ich dir mitgebracht, das ist für Nachschule. Für Nachschule? Nachschule. Was ist das denn? Nachschule? Ja, das ist, wenn du mit Hilfe fertig bist und musst dann zur Nachschule. Vertrau mir erst mal, ich hab's studiert. Schade, dass du nicht studiert hast. Warum? Dann hättest du mir jetzt einen Cheeseburger machen können. Hä? Studenten sind voll oft Mitarbeiter bei Meckes. Meine Wenigkeit hat ein neues Level erreicht. Ich brauch noch zwei Punkte, das ist jetzt aber ärgerlich. Muss ich schneller hacken. Oh, ich bring dir denn ein bisschen Blei mit, ne? Hm? Schmierst dir ne Knochen. Ah. Aber ich muss, äh, bald leider, glaube ich, den Rücktritt antreten, weil mein Hunger wird größer. Und mir bringt niemand was zu essen in meinem Loch. Warum nimmst du nur nix mit? Hab ich vergessen. Du lernst da echt nicht raus, ey. Ich bin absolut lernfähig. Nee. Schade, dass ich Samen nicht essen kann. Oder Blei, davon hab ich gerade genug. Aua. Stell dir mal vor, du würdest beim Blei abbauen dir einen Splitter einfangen und hättest ne Bleivergiftung. Echt, hier ist so viel. Was war ein Blei eigentlich? Ist ja Metall. Ist das eigentlich... Weißt du, was ich schön finde? Dass wir hier zwei richtig coole Fans haben, die jedes Video gucken und immer richtig gute Tipps geben, ey. Die Tipps sind richtig oft Bombe, aber ich verraff die immer anzuwenden. Ja, gut, das ist ja dein Problem, ne? Ja, ja. Das ist ja... Dann können die anderen ja nicht mehr... Ja, ich weiß, das musst du mir ja nicht sagen. Ich weiß. Fakt. Aber ich find das richtig cool, wenn die beiden immer kommentieren. Ich lese mir voll gern die Kommentare durch, ey. Ja. Da sind auch oft Tipps dabei, die ich mega sinnvoll... Ja, auch, dass sie sagen, dass der Humor, den wir haben, dass wir den toll finden. Ja, es ist halt vieles Hilfreiches dabei und auch so diese Small-Tool-Konservation, die mag ich voll gerne. Aber ich, äh, krieg das immer nicht alles beantwortet so schnell. Schneller werden? Ja. Nein, also ich, ich, beantworte das. Ja. Ja. Ne, also ich beantworte das schon. Aber manchmal fehlen mir die Worte. Das ist, äh, sehr selten. Ja. Ja, es sind coole Sachen dabei schon. Ja, auch das Feedback find ich voll. Ja. Auch wenn es bei mir immer ein bisschen dauert, bis ich das umsetze und sowas. Ach, Wasser brauche ich noch. Naja. Man ist halt kein Profi, wa? Nee. Aber ein Glück haben andere Leute mehr Ahnung als ich. Na, das ist ja auch nicht schwer. Danke. Bitte. Was sind nur noch hier? Weißt du was, Jasmin? Hey. Das werde ich meiner Mutter sagen. Na, mach mal. Die gibt mir recht. Gut, dann sag ich sie eben deiner Mutter. Dann kriegst du aber Jager. Ach, das glaube ich nicht. Doch. Nee. Klar. Du kannst doch nicht ihren Lover irgendwie hier diskriminieren. Ihren Lover vor allem. Ich hab mich ja eingesperrt. Hä, wo ist hier der Ausgang? Ich seh das nicht. Ah, hier. Hier ist richtig viel Blei. Ich hab eine Bleiader gefunden, Jasmin. Am Ende vom Blei ist ein Topf. Vollgut. Vollgut. Okay. So. Ich hab jetzt fast 4000 Blei. Hm. Warte, komm. Das eine nehmen wir hier noch mit. Machen wir die 4000 voll. Wollt der wohl reichen. Wie viel brauche ich? Oh, hab ich gleich voll. Ich koche noch ein bisschen Essen hier. Ja, das wäre praktisch. Dann könnte ich mir ein Lunchbook mitnehmen. Ach, das dauert und dauert. Wenn du keine Ausdauer hast, das abzubauen. Ausdauer. Ausdauer. Hm. Da. Hm. Einen könnte ich ja noch hier an einem kleinen. Nur so ein bisschen. Aber noch habe ich ja Zeit, ne? Wie viel brauche ich denn noch, bis ich intelligenter werden kann? Ja, dazu sage ich nichts. Oh, leckumio. Ich brauche 124.000 EP bis zum nächsten Level. Also, ich habe den gehört, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der schon da ist. Na, die sind schnell nachts, weißt du doch. Oder, ne, du vergisst es ja nicht mal. Nö, ich weiß, dass die schnell sind, aber der muss ja den ganzen Weg hier runter gefallen sein. Naja, der hat es eilig gehabt. Der hat bestimmt gedacht, Annegret ist hier unten. Annegret. Die alte Mienmaus. Mienmaus? Mienmaus. 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 Sammeln. Wo war hier der Eingang? Aha. Baustelle, betreten, verboten. Verkomme der wieder. Ja. Okay, jetzt muss ich wirklich langsam los. Du bist sehr스트ig. reicht nicht mal mehr für einen block meine stadt mein bezirk irgendwo hier oben ist ein loch da komme ich da hoch da ist mein motor dann buddel ich mich hier rüber ist das sand ein bisschen was wegnehmen machen wir uns hier eine ägyptische treppe rein wie in der fliegt komm dich höher hier ist das stein habe ich schon draußen dass man mobil hier noch einfällt so die stelle müssen wir aber bleibt zu stehen stelle müssen wir einmal markieren hier ist auch noch so eine bleimine denn wegpunkt speichern hier haben wir blei perfekt wo komme ich denn nach hause zelt zelt jetzt habe ich so viele zelte oh nicht da da ist mein zuhause wiii miau ich wollte ein backflip machen nächstes mal nächstes mal das hat jetzt nicht gepasst passt oh nein ich habe ja nur noch 7 pro 6 prozent sprit komm ich hier nochmal auf die bergspitze habe ich noch ein bisschen sprit im moped oh nein da kann ich nicht lang komm mal hier da stehen wir noch sicher ach du stande ach du heiliger ach du heiliger bim bam ja wer sein moped liebt der schieb ne wo eigentlich 800 800 meter schaffen wir haben ja noch reserve tanken müsste hier mal eine mod reinlegen so eine benzin mod rechts und links 5 hopste bär ein glücksbärchen nubi ist kein glücksbärchen oh oh ja hä ich habe noch 4 prozent benzin oh ja hast du dir nichts mitgenommen oder was ja doch 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 ja ich bin mal so ausgestattet du bist immer richtig gut vorbereitet jedes mal meine loottunen sind die besten ich glaube ich muss die letzten Meter zu Fuß gehen also ich fahre schon auf Reserve meine meine tanknadel hat schon die armatur durchstoßen okay ich glaube das war es gleich dann muss schieben oder was ja ja wer sein moped liebt ne schiebt aha das ist denn mein äh mein Beitrag zum Klimawandel oder Klimaschutz kleb dich doch einfach mit fest ans moped ja zum Beispiel ich kleb das moped hier fest der Benzin-Mutter muss bleiben dann gibt es ja in Zukunft gar keine Zweitakt-Benzin-Stinker mehr hm hm da kannst du ja auch keine Simson mehr fahren ne ich kann mal die Schnauze halten hm dann können die bitte auch mit dem Fahrrad fahren und lassen sich nicht durch die Gegend fahren äh J.H. hat seine Simson äh umgebaut auf Elektromotor aha den betreibt er mit einem Makita-Akku na dann ob das legal ist keine Ahnung glaub nicht dass der TÜV das abgenommen hat so so ist das ne mhm mhm ist aber schon witzig Jasmin mhm ich habe feuchtfröhliche Überraschung für dich du bist schon wieder hier ja ich bin nicht wieder hier und ich habe feuchte Aussprache mitgenommen ja ich haue das Blei oben in den Öfen ja mhm bist du damit konform obwohl wir haben vier Öfen ich habe ich teile das mit viermal Blei der ist überall ein bisschen drin so das kann eine Schmulse werden ah hier Steine haben wir auch noch doch haben wir Sand habe ich nicht so erstmal glatt da rein ich glaube tatsächlich dass man Feuerholz nicht ausreicht beim Schmelzen wo bist du denn jetzt äh oben in der Werkstatt aber wir hatten auch ungefähr so viel Lehm reingeschmissen und ich weiß gar nicht wie oft ich schon Holz nachgelegt habe so jetzt komme ich hier noch einmal schnell ein bisschen Blei und ein bisschen was haben wir hier wenig drin Lehm das passt ja boah jetzt steht er hier nur hinter mir wer 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 ist hinter dir na du oh ja ich stehe hinter dir egal was passiert weit 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 hinter dir äh also ich brauche Benzin um mein Mobil zu tanken warte mal jetzt muss ich mich einmal koordinieren ich sollte vielleicht mal was essen kannst du gleich warte darf ich mhm danke so ich genehmige mir jetzt ein bisschen hiervon ein bisschen davon und vielleicht noch mal einen kleinen Happen davon und dann gucke ich mal was das für Auswirkungen hat so Benzin äh Benzin Nitrat können wir auch noch wegrollen Nitrat wir haben mega viel geschmiedetes Eisen 587 Stück geil das brauchen wir hopp da ich glaube die Töpfe können wir auch anfangen zu verkaufen ok 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 zutaten so hab ich gesehen ich hab noch neu gekocht ne ja gut so stein haben wir jetzt auch ordentlich ähm diamant der kommt vorne in die kiste das kommt in die warrenkiste boah Alter wir haben ja richtig viel Shotgun Muni äh ich also ich glaube wir brauchen noch mal ne Waffenkiste und ne Munitionskiste separat ja ja oh da ist Fudel äh da 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 Stufe 5 den lassen wir das kann da noch mit rein ja da 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 Jasmin hm du kleine Hummel ich bin eine Biene so stellen wir uns einmal hier oben kurz hin ähm umdisponieren weg und rein sind das jetzt schon 5 Blöcke ja ne gehen wir einmal auf Rezepte was hast du gesagt ne Kralder äh natürlich hast du was gesagt ja ja so gehört also was du gesagt hast ne ich hab nicht gesagt Jasmin Jasmin Petrake Jasmin Petrake was ist denn nuscht hast du meine Playstation angefasst ja äh 7 ne geht dann B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sehen 3 4 5 6 und 7 so ich mach mal ein bisschen die Ernte schick dir auf dem Dach ne mh das einzige Problem ist jetzt Pilzsam ich hab kein Leben in der Tasche ja Jasmin das ist alles deine Schuld was machst du denn jetzt peines ich stehe hier und guck gerade an wie viele Punkte ich noch brauche um zu leveln ey einfach zu viel ja bei mir ich also ich das dauert auch noch ne Weile glaube ich ich hab schon 647 Zombie gekillt ich glaub auch mit äh wenn ich jetzt hier nur Blei abbaue und sowas werde ich es nicht rechtzeitig schaffen den Ingenieur fertig zu kriegen das heißt wir werden diesen Blutmond ohne Klingenfallen überleben müssen was wiederum bedeutet dass wir vielleicht die ein oder andere Stachelfalle noch bauen sollten die dann unten ins Loch kommt ich bin aber ich muss gucken weil ich so weit infiziert bin ey das ist not good ist es nicht nein ich dachte infiziert zu sein ist der Traum eines jeden Teenagers Regen 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 wenn es regnet es ist nass lalalala dann haben wir richtig Spaß lalalala naja genau genau ich überfress mich hier heute schon wieder ey mhm 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 was futterst du denn peines Chips warum die milde Paprika die sind voll lecker die milde Paprika mhm mhm schmecken sogar besser als die äh anderen mhm 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 als die original Paprika mhm mhm ja mhm man bricht die öfter mit dem guck mal der Gewitter er läutet langsam ah heute ist ja Blutmond mhm mhm jasmin schau mal an ich weiß äh heftig das ist doof weil ich so weit infiziert bin das ist doof weil ich so dumm bin ich brauche ich brauche nur ein bisschen Intelligenz mhm äh warte mal ich kann für mit der Nerd Brille sammle ich nicht mit der Nerd Brille mehr XP ja hat der doch geschrieben da hat er geschrieben ja ne mhm ok warte mal also irgendwas hat er da ja 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 mit der Nerd Brille Intelligenz plus 1 EP Zuwachs 10% mhm hab ich die nicht auch eigentlich äh du hast die Glücksbrille ach so und wo ist die Nerd Brille drinnen hab ich gerade genommen damit ich intelligenter werde haben wir nur eine ja ich hab bis jetzt nur eine gefunden äh äh harter Kerl sombrille wow ich hatte gar keine Brille auf oh wow ja ich wundere dass ich so schlecht gesehen hab hm war ich jetzt los im dunkel bei Regen brauchen wir wirklich Blei kann ich irgendwas in der Nähe abbauen was haben wir denn noch aber wenn du äh du hast doch schon ein Blei gesucht hier hast du gesagt ja 4000 ist ja nicht da kann ich ja erstmal mit arbeiten was ist das hier bist du oben? ne ich bin äh an der Haustür wegen dem Schießpulver das ich jetzt oben eingelagert habe intelligenterweise ey vielleicht hast du aber intelligent gemacht oder hab ich das hier unten ne warte mal eigentlich in der Munitionskiste das hier unten ne ich hab das noch woanders drin gehabt ist das hier nicht auch Blei? aber was ist das? es gibt nur einen Weg das herauszufinden das Miet? geh mal gucken was das ist obwohl ich vielleicht ich werd's eh nicht mehr schaffen ne? was? ich werd's nicht mehr schaffen rechtzeitig die EP voll zu haben um zwei Level zu skillen in der Zeit denn den Schmelztiegel herzustellen und dennoch die Klingenpfeilen herzustellen also ich geh nicht davon aus dass ich das packe wir müssen übrigens mal wieder Bäume pflanzen vor der Tür ja wir haben ja hier nix außer Spesen nix gewesen und keine Bäume im näheren Umfeld was ich da durch bin oder bin ich zu fett? du bist zu fett? ja ich bin vorsichtshalber rüber gesprungen ich hab mir das auch nicht zu getraut mhm nicht dass ich mit meinem Bauchnabel piercing an den Stachelfallen hängen bleibe dieses Kopf Pinot Mai mit meinem rosa Glitzerstein mhm ja dann mach ich schon einmal ein Stachelfalle aber die bringen mir gar keine XP ne? wenn ich die herstelle ah die werden schon verbraucht werden so ich geh mal ein paar Fallen platzieren kann man die schweben lassen? das ist ja mal das ist ja mal eine Hausnummer hier ich komm da nicht ran ne? ein Schmetzsiegel hast du immer noch nicht gefunden ne? ne aber ich kann den auch noch nicht herstellen kann ich da anbauen? ne das geht leider nicht nicht das könnte cool sein ne ey wieso geht das hier? das ist ja praktisch ich hab was richtig cooles für die Zombies als Ersatz für die Klingenfalle mhm ich sollte vielleicht von unten anfangen ne? nicht dass das alles runter kracht auja also es wird nicht den kompletten Blutmond überhalten aber es wird uns schon mal die erste Welle vielleicht ein bisschen erleichtern naja wer weiß das ist die perfekte Welle das Lied war ja verboten ne? ja immer wenn Deutschland so ne Lieder hat dann kommen irgendwelche Naturkatastrophen die perfekte Welle war der Tsunami genau dann kam hier von Tokio Hotel durch den Monsum dann ist auch irgendwo in Asien da ein Land untergegangen denn äh war das nicht hier bei Erdbeben bei Skeden in Deutschland war da nicht auch so ein schweres Erdbeben gewesen? glaube nicht ich weiß jetzt nur was mit dem ähm Tsunami und Monsum auf jeden Fall ne perfekte Welle weiß ich nur was andere weiß ich nicht ja genau perfekte Welle da war ja der Tsunami und durch den Monsum da war oh welches Land waren das? da war auch richtig weltunter das war aber nicht verboten wir sind da Jasmin hol die Schafe rein hm die vier Minuten haben wir schon äh 48 aber ich dachte weil wir so ein bisschen im Vorlauf sind machen wir die Folgen ein minimal äh äh um das auszugleichen damit wir mit den Kommentaren immer relativ Zeit auf sind aha ja damit wenn wenn geile Tipps kommen nicht ein halbes Jahr vergeht bis man die um umsetzt oder so hm das wäre auch cool so vier Monate später ja danke für den Tipp ah ja du musst dir bei Gelegenheit mal angucken was ich cooles au ah scheiße hm ah ich mach jetzt erstmal die Patronen hier mein Schienbein au mann was ist denn das für Mist jetzt hier ich bin auch ach du kriegst die Tür nicht zu ne kann ich es jetzt zumindest bauen ja immerhin das entschädigt meinen Schmerz ja deine Ecke wird ja wohl keiner hingehen aber ja komm ja wenn ich hier fertig bin können die Zombies Mikado spielen wenn sie runterfallen mhm ich glaub das ist mehr als nötig obwohl ich kann mich auch täuschen ne ich bin grad im Loch also hier im oha oha meinst du das ist übertrieben mhm ich denke auch nicht warte mal nochmal 60 zu viel ne machen wir ja mal 40 noch so nicht schlecht ey das coole ist wenn die da runterfallen und raus wollen müssen die rein theoretisch hier durchgehen aber ich mach hier mal nur noch einen hoch weil ich Angst habe dass die sonst die Mauer umfloppen weil die sich denken ein bisschen gefährlich da durch zu gehen letztens mein Cousin Cousin der ist da reingefallen und gestorben will ich da lieber nicht reingehen ach Millimeterarbeit ach Millimeterarbeit okay soo geilomatik oh gott ich bin doof oh gott oh gott ey werd ich da jetzt rein hab geschmiert ne das wär aber was geworden ne das wär aber was geworden ne das hab ich ja noch ein paar ah da und ah das passt schon soo und durch wollten die die haben hier die Mauer eingeschlagen warum auch immer die wollen da ja weiß ich auch nicht ey die wollen immer da durch irgendwie aber das bringt denen nix aber die laufen hier in die richten oh 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 ah das wäre natürlich ja das kann sein äh ich soll ich mal die Mauer um einen erhöhen oder um einen absenken was willst du machen die Mauer ein höher oder ein tiefer setzen also hier äh ich vorne wegnehmen oder nur die Stangen da wegnehmen lass uns nicht zusammen krachen Jasmin bitte ah ich weiß genau was ich tue ne 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 hab ich hier schon einmal jemals einen Fehler gemacht der dir einen Anlass gibt mir nicht zu vertrauen in der Hinsicht oh scheiße ja zum Beispiel jetzt ich bin doch hier unten die hat mich noch gar nicht gesehen höchstens gehört voll fertig jetzt kommen sie gleich alle super gemacht Jasmin oh nö ich hab doch gerade erst die ganzen Stachelfinder platziert ja kannst du nochmal machen sie ist schon tot ja aber sie hat geschrien ich glaub das zählt dir nicht das zählt das gilt nicht Klippo ne es kommen aber keine Zombies mal Glück gehabt ey ja einmal ein Probi ans Werk lassen ne sag ich ja du äh mh obwohl dann wär mal wenigstwas los gewesen hier nehm ich mal mit ist dir das hier zu ruhig a little bit möchtest du ein bisschen mehr Action Action so so das ist Eisen oh 1000 HP ok Jasmin da hilft nur ein Schluck Wasser in der Armdämmerung na denn FFN oh kann ich aber gut Matron herstellen hier ey alter Galoschi Jasmin was ist ein Zombie im Sturm hm und Winde verweht mh hm 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 Jasmin Patrick Was Und ich frage dich wirklich Aus vollster Überzeugung Was Macht ein Zombie in der Disco Er lässt die Fetzen fliegen Oh du Schlingel Den kanntest du schon Hattest du glaube ich schon mal erzählt Ich glaube Weil ich Schande über mich und mein Gott Ja Schäm dich Ich werde sofort unter die stille Treppe gehen Ab jetzt kannst du mich Wieder Harry Potter nennen Harry Unter deine Treppe Ich würde sagen Den klommen wir nur weg hier Den können wir hier nochmal mit Cobblestone aufwerten Den da vielleicht wegnehmen Oh da wollen die vielleicht Wegen dem da Sich reinbrüht Das glaube ich doch nicht Oder Würden die das machen Jasmin Würden sie Gute Frage Aber das klären wir in der nächsten Folge In Seven Days to Die Übernächste Folge Schon wieder Blutmond Mal gucken Noch ein bisschen aufwerten Vielleicht ein bisschen optimieren Ja Aber das können wir noch großteils Kannst du gleich mal hier An einer Chemiestation Schießpulver herstellen Ich schmeiße dir hier gleich Kohle Kohle und Nitrate Ja 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 Weil ich kann das noch nicht machen Aber da kriegt man mehr raus Hier Und hier Ja Ja Und dann mach mal bitte Ja 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 Los Ja Ja So was soll ich machen Schießpulver Schießpulver Da kriegst du tausend noch was Wenn ich das aller Ding So machen würde Dann würden nur 500 Also die Hälfte Aber ich kann Bin noch nicht hier Chemie Kann ich noch nicht Schießpulver Stapel Schießpulver tausend Nein Schießpulver Schießpulver Tausend Einhundert Neunundsechzig Ja Bitte Kann ich nicht Wieso du auch nicht Ne Ich bin kein Chemiker Oh Ich kann nur 584 daraus machen Ja Das kann ich auch nur machen Ist aber blöd Ja Wollen wir es erstmal sein lassen Ja Dann kann ich keine Munition mehr herstellen Ich guck mal Hast du oben irgendwo noch Schießpulver eingesortiert vielleicht Ne Ne Ich pack das immer in Waffen und Munition und Nils Immer Im Meer Genauso wie die Kohle ne Du hast jetzt aber nicht die Kohle oben aus der Kiste genommen Nein Ich kontrolliere das Jasmin Da sind noch 6000 drin Ich hab meine genommen Die unten war Gut Jasmin Gut Wow So Nächste Folge geht's weiter Scheint wieder ein Wir würden uns freuen Bis dahin Macht's gut Ciao Ciao Ciao